wir haben nachher so viele knochen und da weiß gar nicht was wir damit machen sonst immer wieder rüstung weil irgendwann werden wir ja doch ein bisschen dichter ran das ist richtig rüstung ach wir können damit auch zäune bauen rüstig mal den bogen aus ja und marcel denkt an die beiden hasen wir wollen in die hülle ja ich denke an die haus ich gucke mir das gerade an ich gucke gerade mal ob hier noch einer rumspringt da ist er ruhig ich sehe ein hasen ich auch aber der warte mal der red wie auf sonst wird ja die sind ein bisschen auf speed ich weiß nicht ich weiß nicht was die hier fressen aber das ist nichts gutes ich habe ihn so muss ja ich gebe dir mal das hasenfell er passt ja das habe ich ihm schon gezeigt in der mitte warte mal das blech mit halblich halt das hasenfell kombinieren hier bitteschön so wie viele hasenfälle hast du jetzt zwei okay einer fehlt noch ein kleines hasilein aber auch wieder schwer zu sehen wenn hier wird sein sollte naja ja alles kriegst du aber nicht weg alles gesträuch was hier ist kriegt man ja nicht ja unsere intime stimme hier im hintergrund sagte gerade man hat die stimme hat das gras immer weg gemacht aber das kann man nicht alles weg machen ja ganz sexy so eine ganz sexy hexi stimme hier liebe regie ich bin gerade sprachlos was ihr hier mit mir macht warum denn aus dem ort die intime stimme aus dem off also ich finde ja intime stimme gut ja die in die ja die intime stimme so wussten der hase jetzt sind ich habe noch gesehen hier bevor hier die nächsten an galoppel kommen hier irgendwas bewegt sich dahinten im winter war ja das sind die damen winde von galoppelhainz ja bewegen die pflanzen gleich mit und so nicht mal bei der größenordnung naja wie gesagt er hat ein paar damen probleme ich meine guck ihn dir an ich meine der hat arme auf dem kopf also mir läuft hier aber auch gerade kein hase da rennt gerade wieder einer ach komm komm ich habe hier was für dich so einen lustigen zahnstaucher bleib mal stehen ja gleich einen zahn abgemacht noch einen ja komm und nochmal wo ist er jetzt da ist er na komm herr kleiner komm komm ich brauche noch was für einen grill heute man so den zahn habe ich honey ich habe wieder was zum grillen ja komm mal hier ich habe hier ein feuer gemacht nicht mal hierher zu mir wir müssen jetzt nicht mehr bei uns da hinten hin ich habe hier auch feuer sehr schön der gräber hier immer mit ihm ist der die cds verkauft marcel hatte der cds umhals ja genau ja es gibt ein der cds umhals der verkauft von dj bobo die cd die die ja genau ja genau das sind die dj bobo gedächtnis alben da kommt schon wieder was brenne satan und der hüpft aber hart hier nee der hat jetzt keine cds aber ein paar zähne weniger hat er okay also der grill ist schon mal bereit sehr gut dann haben wir gleich den nächsten ruf das lockt das die vier an nee wir müssen gleich pennen gehen ja ja wir müssen gleich pennen gehen so kann ich hier noch irgendwas sammeln der hat doch vorhin noch bisschen mehr bisschen was ist das hier ne ach so die kohle ne die haben wir ja schon ach halt doch die fresse was ist ihm denn hier du bist zum barbecue doch gar nicht eingeladen du vogel da oh oh i'm in the branding oh komm mal her na ist doch top modern ne branding oder einer nach dem anderen auf dem grill du das ist so er noch und dann müssen wir machen gehen also waschen könnten sie sich immer auch mal die sind aus ekelhaft mit gründen mauken hier guck dir doch mal an wer weiß wo wir hier sind du so was hätte ich kann das nicht mehr mitnehmen die knochen so dann gehen wir mal pennen ich gehe mal kurz ins wasser wieso brennst du ja ich bin ja das wird uns hier noch öfter passieren glaube ich feuer böse ja so wir gehen mal schlafen bei unserem galoppel heinz ja dann dürfen wir ja auch wir dürfen schlafen na gut dann machen wir das na gut geschlafen ja wundervoll so dann wollen wir mal was essen oh ja das ist das wichtig kann man das jetzt schon essen so einen alten ruhig das ist ja hervorzüglich haben wir kein wasser hier in schaden drin ne ich habe gerade noch eine cola getrunken es muss erst wieder regnen ich habe ich marcel hat was in seinem schlauch also ich habe auch was im schlauch marcel ich kann ja auch was geben wir haben hier wieder ein paar ein paar hässchen 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 mit wo sind sie denn jetzt sind die hässchen nein was läuft denn da warte da ist doch irgendetwas du sollst den hasen fangen nicht nicht mal getroffen boah das ist doch ach hey feine sammeln also dass das geht manchmal aber ganz schön klein alles irgendwie ich sehe ein hässchen kann ich mich anschleichen und dann nein du musst sobald du dichter kommst rennen die weg na gut dann gehe ich mal zur falle und mache ihn kaputt wie geht das jetzt in der falle muss ich rauf hauen oder er aufhauen bitte ja genau okay und jetzt kann ich rausholen okay so und jetzt jetzt machst du dir bitte einen köcher und dann gehen wir noch mal feine holen und dann gehen wir noch mal feine holen ich werde mal noch ein paar blätter sammeln nebenbei jetzt weiß ich wie man das mit der falle macht okay dann ist die falle auch wieder aktiviert ich brauche die hasenfälle die waren hier was brauchen wir noch seil ist aber auch das letzte seil was ich habe ja das macht nicht sie finden noch neue alles gut sehr gut köcher habe ich das passt naja können wir auch mit in die höhle nehmen zum grillen nachher die intime stimme in die phase schon wieder aus dem ob hier bin ich ob sie ob sie ich habe doch soll ich gehen und stück weiter abholen bisschen blätter da hinten ort das ist so das ist manchmal echt schwer zu sehen ich habe extra den namen angemacht damit ich sehe wo honey ist dann hol mir mal noch feine für dich habe ich jetzt ein spiel ein kleines wie das lassen wir mal wo ist das würde kämpfen wieder ach da das ist immer so verwirrend und noch ein reh und noch ein reh also ich habe das seltene talent immer wieder das falsche zu machen so der gelbe koffer hier ist leer kann ich auch nicht mal mitnehmen gucke ich mal hier das sieht gut aus noch mal feine da ach den muss ich jetzt wieder aufmachen mehr kann ich nicht tragen so ach so 47 pfeile also der will irgendwie okay geld ist auch wieder da als wenn hier einer rumrennt und geld verteilt ja also wenn jemand gerne geld verteilt möchte ich gebe auch gerne meine adresse da sind keine folge dann kommen marcel komm mit ja alkohol finden wir noch in der höhle alkohol finden wir auf jeden fall in der höhle ich habe alles verbraucht so dann kommt keine feuerfalle mehr ist nicht schlimm ich habe ein paar ja ich muss nur ganz genau gucken wo diese vermalledeite höhle war die ist ein bisschen versteckter gewesen hier hat man hier keine karte oder sowas wir finden eine karte noch aber in einer anderen höhle und da und da gehen wir aber noch nicht rein nee das ist so weit weg hier in der nähe muss das irgendwo sein hier vorne ist auch irgendwo einer die war nicht weit weg von unserer base ja das habe ich sowieso vor eine markierung setzen damit wir die auch wieder finden wir laufen mal kurz ein stück hier hoch und hier sind noch blümies die nehmen wir auch gleich mit so eine orangefarben denn hier sind koffer wunderbar da war wieder der stocktanz hier ist auch noch ein koffer ich laufe hier den koffern hinterher das ist hervorragend so das sieht aber auch aus wenn die so tanzen ich würde das ja zu gerne mal sehen harni wenn du deine äste hier wieder voll hast die kleinen äste wenn du noch versuchst was aufzunehmen wie die dann rumtanzen wenn du ein paar mal drückst naja das wird sich ne ich glaube ja es gab mal ein bug ganz zum anfang wenn du zwei baumstämme aufgenommen hast und dann noch versucht hast eine aufzunehmen dann haben die sich vervielfältigt das heißt du brauchst nicht so viele bäume fällen das ist auch gut da ist ein kann die ball das ist ein felsen ein großer felsen wenn man daran vorbeigeht dann hörst du auch so ein windrauschen ist dass ich glaube hier müsste das sein wenn ich mich nicht ganz irre ja ja was er wir haben sie gefunden aber bevor wir untergehen mache ich uns noch eine markierung hatte die ist bombe die ist echt das ist so eine signal fackel die siehst du denn hatte die muss ich bloß mal setzen können auch immer das ist hier so hier setzen wir die hin jetzt muss ich nur die farbe überlegen wir machen die mal grün so bist du bereit marcel ja meinetwegen körper rein feuerzeug an und runter es kann sein dass wir das hier unten gleich gegner sind ich muss mal ganz kurz räuchten hatte warte 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 ja hier rennen sie schon scheiße ja ich sie es schon weiß nicht was machen ne warte 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 ich krieg das hin ich hoffe es erst mal hier rauf auf diesen auf diesen felsen okay wo seid ihr ich habe ihn gleich hab ihn okay so warte mal und damit wir hier unten auch was sehen mache ich uns mal ganz kurz eine lampe weil dann ich habe ein paar schädel dabei sehr schön das ist immer auch zur orientierung ganz gut wo wir schon waren und wo wir vielleicht noch hin müssen so genau er leuchte und ok warte mal hier ist noch einer einer ist noch mehr kommen wir ja das sind ja sie ein guter rente aber auch dass er jetzt sehr gut jetzt schon wieder zu einer seite ok geschafft es wird wir machen mal was schönes lagerfeuer warte mal ich kann doch bestimmt auch wieder knochere zone aber hier machen wir immer hier in der höhle mache ich immer so eine simplen dinge bloß weil die am besten dann kommen wir hier leg dich mal dahin du auch und hier diese diese koffer wenn du die kaputt machst das ganz viel stoff drin wir werden wir noch alles brauchen guck mal hier was hält dass hier der koffer hier da ist stoff drin das kannst du mitnehmen das werden wir alles brauchen noch was macht der denn hier oh da ist auch drinnen auch wieder stoff war da jetzt der arm drinnen ne der lag da schon ich kann keine knochen mehr mitnehmen muss mir erstmal rüstung machen ja dann macht das dann nämlich erst mal die knochen weg wäre ja sowieso noch mehr und mehr davon kriegen ja 15 knochen kannst du insgesamt aufnehmen ich habe schon 14 genau die stimme aus dem off sagt oh hier ist ein schädel die nehme ich noch mal gleich mit da ist noch ein schädel er wurde angeschiedelt so dann wollen wir mal koffer klatschen hier sehr schön ich habe gerade den tipp bekommen dass man auch meeres herstellen kann anstatt das einzelne alles rein zu packen einfach alle ressourcen rein und dann wird so viel wie möglich hergestellt so massel guck mal hier hier ist auch noch ein koffer in der wand da komme ich dich an aber hier ist geld guck mal und wenn du die dame hier haust fällt manchmal auch noch geld raus also was das jetzt die abgehängt war so ein bisschen anpiksen ja ja die haben auch uhren dabei die brauchen wir auch für unsere bomben und unten taucht immer auf das steht passagier gefunden platz 7a also wir haben eine passagier liste müssen wir sie denn alle finden alle passagiere oder kannst du musst du nicht aber guck mal hier ist hier ist ein spielzeugteil von deinem kind hier in diesem koffer ist haarspray und wenn du das anzündet dann brennen die sehr gut ach guck mal und hier liegt ein spielzeugteil von deinem von deinem kind ich guck mal jetzt krieg so eine kleine sequenz hier ok ist weg genau das ist ein bein gewesen glaube ich die hier oben hat eine uhr die hier so ganz viel geld ich glaube die uhr die mir angezeigt wurde die habe ich schon weggenommen ja ich kann keine armen mitnehmen hier ist auch stoff drin in diese komischen kisten hier so ist auch noch wieder geld und hier auch alles wieder nach also wir können hier jedes mal reingehen und uns neuen stuff holen das ist natürlich sehr gut wenn man immer wieder rein kann und neues holen da man sich ja hier nicht ja die stimme aus dem off sagte ja kein kommentar sagt die stimme aus dem off die intime stimme sagt er wollte die ganze insel besetzen das geht aber nicht oh hier ist ein bild das kannst du aufheben marcel ich kann bild aufheben du auch okay also jetzt bräuch mal ganz kurz die axt so es bräuchte ja mein sperr hier hängt sie zähne oder was ist das hier oder ist das finger das sind finger wir haben mittlerweile wir hatte mal ich muss mal noch ein paar feuer pfeile machen was selber da mal kurz bevor wir weiter gehen ich mit mein bisschen alkohol kann ich viele feuerfreie machen alles gut alles gut so hier sind ein paar mietnomaden wir müssen nur mal gucken wo hat sich so ekelhaft an hier unten ablegen wo seid ihr ihr kleint ist hier schon wieder naja die ich glaube die machen hier rum wo sind die denn die stehen da hinten in einer reihe genau die richtung da rechts sind den gang ich glaube die ja die schlafen der ist tot naja ja doch jetzt schläft der schon auch ich liebe das wenn die die alle auch alle bringt alle umbringen wo ist er denn ach da auch mensch bring ihn um welche betrifft was hälfte ich gleich ins bein du hier sei ja wir müssen feuer machen warte mal kurz der steht hier aber noch selbst machst du denn mit ihm na endlich so wo haben wir ihn denn ach da bist du ja komm mal her dann steht der du hast doch bestimmt schon wieder okay einer ist doch noch wussten der dritte der war doch irgendwo habe ich doch einen hat da irgendjemand gesagt ich habe ein aggressionsproblem finde ich gut jetzt machen jetzt